Servus Leute, was geht ab? Heute geht es nach Frankfurt, näher Frankfurt, nach Busseck zu Coach Mark Lubecki. Da gibt es ein Seminar für Fat Lose Bootcamp. Da geht es um noch mehr geilere Ergebnisse, um noch schnellere Fortschritte. Servus Leute, ich bin jetzt bei Personal Training Mittelhessen bei Mark Lubecki und das, das hier sind die heiligen Hallen. Marco, was geht ab? Alles gut. Wir trinken jetzt mal ein Espresso und dann gibt es die richtige Rundmann. Wir werden heute richtig auslassen, maximal effizient probieren und Spaß haben. Ich schwitze. Ich wollte heute einfach nur Video drehen. Jetzt muss ich trainieren, Mann. Scheiße. Ich bin tot, Mann. Leute, ich hatte das erste Workout hinter mir und es war richtig krass. Scheiße. Es war einfach zu hart, Mann. Wir haben jetzt unseren Shake bekommen und jetzt geht es ab zum Essen. Und hier der Coach Mark Lubecki. Wo bist du? Hat uns so richtig, ja, wir wollen mal lieb sein und freundlich. Hat uns richtig geliebt. War richtig hart. Jetzt geht es zum Essen.